Nein, ich mach das. Also, ähm, ich stell hier jetzt, ich stell jetzt hier ein Foto vor, ähm, ich stell jetzt hier ein Video vor, äh, von der Jumstyle-Gruppe, wir haben heute den, ähm, 17... Und du musst alle Nummernschilder wegmachen. Wir haben heute den 17. März, ähm, wir haben heute den 17. März 2011, äh, 12, und, ähm, das wird ein richtiger Totalauffall von der Jumstyle-Gruppe auf Breitscheid-Fitz-Philippi-Schule. Und es geht los, die ersten Mädchen kommen, und es wird ein Totalauffall, gell, ja. Ich hab doch schon lange umgestellt. Und das wird Folge-Total-Auffall. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Besser Junge da, irgendwo kenn ich den. Wie, wie, wie heißt der? Wie ist der andere? Wie heißt der andere da? Ja, ist das der Kletcher. Du musst drüber auf, der das ist der Kletcher. Klar. Schönen, wo schlägt du? Nein, aber da oben ist ein Söner-Til. Nein, der Kletcher! Nein, der Kletcher! Irgendwann kenn ich die Frau, ey. Was? Wo ist denn der? Wer ist der? Weiß ich nicht. Wir nehmen einfach Junge mit der Mütze. Was? Wir nehmen einfach Junge mit der Mütze. Der hat zwar keine Mütze auf, aber auch nicht. Klar! Der hat aber die Mütze auf. Hallo! Wir müssen leise sein. Richtig, Alter. Wann geht's denn los? Fällt die Schmau? Jetzt fällt die Schmau? Jetzt fällt die Schmau. Jetzt fällt die Schmau. Jetzt fällt die Schmau. Ja, gut, ich hab die Schmau. Ich bin gut, ich hab die Schmau. 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 Dann musst du auch was sollen fest, dass man keine Mütze sehen kann. Ich wollte diese Lieben. Jawohl, Kevin! Was ist denn all eigentlich so schwer? Das frage ich mich auch immer. Ihr komm, wir machen das mit. Ja, komm, komm! Guck mal, wie die da hinten guckt. So, Kai, nee, seil, seil, so. Guck mal. Da hinten, die ganz hinten rechts. Ganz hinten rechts. So, guckst du das? Wow, was? Wow.